Hier kommt eine echte Nummer 1 auf der Baustelle. Der Premium Flexkleber mit der 4-in-1-Rezeptur. Sokos Nummer 1. Ja, hallo liebe Leser von 1200 Grad. Wir sind in Iserlohn bei der Firma Blanke. Neben mir steht Geschäftsführer Peter Blanke. Wir sind auf der Veranstaltung Meet & Greet. Vielleicht sagen Sie uns noch mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt. Hallo Herr Schanze, herzlich willkommen bei Meet & Greet. Hallo liebe Leser von 1200 Grad. Meet & Greet ist einfach ein gemeinsames Erfahren von Blanke zu den verschiedenen Themen und gleichzeitig aber auch ein gemütliches Beisammensein, wo es einen zwanglosen Austausch über diverse Themen geht in der Branche. Also eine Kombination aus Produktwissen, Wissen und Geschichte um Blanke herum und parallel dazu einfach ein angenehmes Zusammensein. Das ist die Idee von Meet & Greet. In Zeichen von Corona und ausfallenden Messen oder Messen, die schwer durchzuführen sind, gewinnt so eine Veranstaltung natürlich noch mal zusätzlich eine Bedeutung. Sie sind nicht auf der Chersaie 2021 vertreten und nutzen das hier dann auch als Neuheitenpräsentation. Meet & Greet ist entstanden im vergangenen Jahr als Ersatz zu Chersaie. Wir konnten nicht zu Chersaie fahren. Chersaie hat nicht stattgefunden. Also haben wir gesagt, wir müssen hier irgendwas anderes tun, um unsere Kunden zu treffen. Und da haben wir das ins Leben gerufen. Was so gut war, dass wir gesagt haben, wir müssen das auch in 2021 machen. Und Meet & Greet können wir immer machen, egal wie die Pandemie sich entwickelt. Was so richtig mit der Chersaie 2021 ist, muss man ehrlicherweise sagen, vor drei Monaten sehr, sehr schwer zu sagen, was da passiert. Von daher haben wir uns dazu entschlossen, lieber in so ein Event zu investieren, als in den Messestand. Sie nutzen das auch als Neuheitenpräsentation. Haben hier drei Schwerpunkte. Können Sie uns kurz und knapp die drei Schwerpunkte noch mal erläutern, bitte? Ja, wir haben die drei Themen, die uns am meisten beschäftigen. Wir haben einmal produktmäßig die Fußbodenheizung, Fußboden-Temperierung als Thema in der Gesamtheit, zusammen mit der Hydraulik, zusammen mit der Steuerung, aber auch mit vielen innovativen Aufbauten, Konstruktionsaufbauten, die wir zeigen. Das ist ein Schwerpunktthema, was wir haben. Das andere Schwerpunktthema, was wir haben, ist der moderne Duschplatz. Das heißt, die Linienentwässerung, die Punktentwässerung, zusammen mit den Profilen, die zuverlässige Abdichtung sehr, sehr einfach einzubauen, das ist das andere Thema, was wir haben. Und das dritte Thema ist ein digitales Thema. Und zwar wollen wir unseren Kunden, unseren Partnern im Handel, dem Verleger, dem Handel, eine Möglichkeit geben, gemeinsam mit uns den digitalen Weg zu gehen und unsere Produkte digital zu präsentieren und damit das Leben zu vereinfachen und schneller und einfacher die Informationen über unsere Produkte zu bekommen. Das ist ein kostenloses Angebot für die Kunden? Die Kunden sind unsere Partner. Also von daher muss das kostenlos sein. Und ich bin davon überzeugt, wir werden alle gemeinsam davon profitieren, weil es einfacher ist, Informationen zu bekommen und auch diese Kommunikation untereinander erheblich vereinfacht. Okay. Vielen Dank, Herr Blanke. Gerne. Dankeschön.